und dann let's go ich kann euch nur helfen wenn fahrzeug bei euch ist ich kann nur gegen panzer was machen ich bei dir einsteigen warte ich bin drin bin ich bei dir drin oder bei mir aber neben mir steht auch noch ein panzer deswegen viel glück und viel spaß jetzt einmal über durch die menge durch alle umfahren wo geht es hin das war punkte sollen bei den einnehmen an der panzer fliegen nein Nein Bro. Da passiert nichts. Da passiert nichts. Gott sei Dank. Okay, okay. Jawohl, jetzt bin ich unter der... Ja, der was? Nein, wenigstens auf dem Kopf. Was stellt ihr da wieder an? War gar nicht, hat was auf dem Kopf gelegt. Aha, jetzt steht er wieder. So, ey, jetzt wollte ich umfahren. Nichts push, der soll mich nicht pushen. Mein Gott! Seid ihr noch im Panzer? Ja, da ja. Okay. Wenn ihr Hilfe braucht, sagt bitte Bescheid. Over. Ja. Weil euer Schutzengel ist da. Euer Haiwanengel. Haiwan. Haiwan? Das sieht zum Delta-Favor aus. Und das ist realistisch. Der überlebt das. Wer hat gesagt, dass das realistisch ist, das Spiel? Nein. Hehehe. Alleine, dass das in 2042 ist, das ist schon unrealistisch. Jawohl, jetzt haben wir noch einen. Jetzt sind wir zu viel drin, die Gruppe. Für euch kommt gleich ein Panzer, oder? Nur zur Info. Ja, der Rest von euch. Da, Mike, da, Mike. Ich komme. Ich komme, Jungs. Genieß die Show, Jungs. Genieß die Show. Und down. Und tschüss. Geiles Spiel, Motherfucker. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel, Lott. Das ging doch. Da oben. Da unten. Da unten. Da unten. Da unten. Da unten. Da unten. Der hat ein Schild, der Sack. Da unten. Hey, bei D1 sind wohl die Fahrzeuge, oder? Dejen Wegs jetzt hin, die da waren. Da, die wollen da rein. Zündungstehen. Mike, bleib stehen. das ist mein md-heiß gelaufen sind noch mehr jetzt wo ist der jet er war nicht mehr auf dem fußboden hinter uns von hinten getroffen wer ist einer von uns ach so der landet das ist noch einer hinter felsen bei der stadt ok der politischen umgebracht die mädchen das kennt ab doch das in jahre links ich mag wenn du da hochbeugel das ist das ob auf den links sind dahinter gefahren hinter der felsen er braucht es auch noch einer Was war das? Wurde er tot? Sprengstoff. E4, oder was? Sprengstoff, der hat da irgendeinen Sprengstoff. Jetzt muss Nico Tank nehmen, weil du gesperrt hast. Genau, richtig. Eineinhalb Minuten, ja. In deinem Hass, Nico, musst du mir sagen, ja? Ja, ja. Ihr könnt doch eh wechseln, ist doch alles gut. Ja, eh? Du musst nur aussteigen, einsteigen, das war's. Ja, das ist mir egal, ich kann auch fahren, also. Und den liegst nicht. Nein, Brooo, gib doch Gas! Du scheiße. Du scheiße, du scheiße. Hab einen. Wie geht's? So traurig, dass ich niemanden mache. Ohhhh. Du hast eine? Ja, ich hab einen. Ich kann mich nicht selber töten. Ich weiß doch gerade nicht, in welche Richtung ich fahre. In dem Jet. Da oben, oder? Ja. Ja, das ist einer von uns. Braucht ihr Hilfe? Ja, von irgendwo schieß einer. Ich wäre aber nicht von wo. Oho. Oho. Ich kann noch nicht reparieren, ich hab's auf mich ausgerüstert. Da kommt ein Fahrzeug auf uns. Übernehme. Von rechts. Abgesprungen hier. Der fliegt da. Auf den roten. Auf den roten? Hier ist auch einer. Ja. 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 Hast du ihn gesehen? Fahrt zurück, fahrt zurück, sonst seid ihr tot. Rückwärts gegangen, Bro. Ich fahr doch gerade rückwärts. Ich bin gerade rückwärts gefahren. Ich bin gerade rückwärts gefahren. Ich hänge fest. Alles gut, ich seh nichts mehr bei euch. Oh, hinter euch in deinem Haus ist ein Fahrzeug. Ab. Fahrzeug down. Fahrzeug down. Warte, warte, warte. F1, Jungs, wohin mit euch? Ihr müsst auch reparieren. Ihr seid noch solche Randys, Alter. Ich meine das nur gut. Ihr müsst nur zuhören, Alter. Ich kann aber nicht reparieren. Ich hab's heute nicht ausgerüstet. Ich muss ja irgendwo stehen bleiben. Ich kann ja nicht mitten im Ding stehen bleiben. Ich sag nur, fallen die Bases aber nicht in die F2 rein, Bruder. Was gibt's denn da noch nicht zu verstehen? Rückwärts, nicht vorwärts. Dann seid ihr hinter euch. Du machst safe. Von Base kann euch keiner angreifen. Ich meine das nur gut, damit ihr schneller lernt, Mann. Damit ihr nicht diese Kopfschmerzen wie ich durchmacht. Ja. Guck mal jetzt. Guck mal wer über euch kommt. Euer Schutzengel. Da sind welche. Zwei Stück. Tank bei euch. Markiert. Markiert. Ein unterwegs. Drei unterwegs. Ab ihn. Over. Ab ihn. Ich hab' den Panzer Niko. Hol' den Niko ab. Ich bin gerade mit der Drohne. Ich glaub' bei dir sauber jetzt. F2 auch sauber. Wir müssen weiter zu D1 oder C1, ja. Weißt du was du machen kannst? Mike, fahr die Spalte runter, obwohl wir haben schon C1. Fahr die Spalte runter und fahr zur A1, Bruder, A1, vertrau mir. Aber fahr die Spalte runter, nicht da runterrollen wieder. Genau, einfach in diese Hülle da unten rein. Hey Jungs, da ist auch mein Ivo drin, Wisch. Jaaa! Haha! Ich habe nichts mehr auf der Seite. Also, wohin? A1. Seid ihr oben jetzt oder was? Bei D1 super fast. Nein, A1 ist schon geklärt. Fahrt zu D1, ist okay. Für Schnee genommen eins. D1 sind auch gerade geklickt, glaube ich, so wie es aussieht. Hey, Lex! Ja. Ja, geil. Wow, wow, wow. Mein Mann hat die Katze und er fährt immer überall runter. Jetzt sehen wir wo Gegner sind, sie vermarschen. Nee, nee. Da ist der Gegner, richter Panzer. Komme gleich. Komme. Auf grüne Markierung komme. Ja, fährt um den links rum. Vorsicht, Jungs. Haut ab, ja. Ich krieg den so nicht, der Winkel ist zu scharf. Ich drehe jetzt einen Moment. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe auch nicht. Ich sehe auch nicht. Ich sehe auch gerade nicht. Der muss ja irgendwo sein. Der kann auch nicht verschwinden. Nee, der kann auch nicht verschwinden. Nee, der kann auch nicht, Bro. Also wegen Glitch, wo man reinfahren kann, oder? Nein. Äh, vielleicht hat er das Spiel verlassen. Das habe ich. Ich habe es zerstört. Der läuft da, hier. Da rechts. Der geht raus. Oh Mann. Ich habe Fehler gemacht. Ich sterbe. Oh oh. Ein Heli ist bei uns. Ich muss weg. Brenne. Der liegt aber da ist. Nico, direkt vor uns. Was? Wo vor uns? Ich bin nicht in der gleichen Perspektive wie du, wenn du deinen Kopf gehst. Ach so, der Panzer direkt da, ja? Hammer, Hammer, Hammer. Lebt ihr noch? Ja, ja. Panzer zerschört. Nico und ich schaffen das auch. Uh, der ist noch sehr eingefangen. Sauber, Jungs. Was jetzt? Ähm, A1. A1. Von C1 aber rüber. C1 wird auch angegriffen. C1, Leute. Ober... Okay, dann gehen wir C1. Da sind drei Helis wie bei euch. Beide mit Panzerfaust, ja. Warte, Mike. Amisiert. Das ist ein Fahrzeug. Wow, wow, wow. Den haben wir gefickt. Den haben wir gefickt. Drei Leute waren da drin. Sehr schön. Warte, ich muss schnell ausstehen. Reparieren. Da kommt noch einer. Ich komme, ich komme. Schieß auf ihn. Hab ihn. Hab ihn. Noch einer. Aber Infanterie. Du musst weiterfahren, du musst weiterfahren. Ja, genau. Kann ich fahren? Ach so, bin ich auf dein Platz gerutscht damals? Ja, mach. Ja. Alles gut, alles gut. Ach, Mike ist tot. Ich spawne zu dir. Ich spawne zu dir, alles gut. Ich spawne zu dir. Ich habe hier so gut wie möglich repariert. Aber bei euch ist noch alles sauber. Es sind hier keine Fahrzeuge. Hier ist ein Fahrzeug. Warum? Was? Mach wieder Selbstmord, Mike. Ja, mach ich. Okay, hat's für den Dienst. Ja, hat's gut. Wo ist Nico? Wo ist Nico? Wo ist Nico? Wo ist Nico? Bei C1. Absetzen. Passt. Den drehen. Perfekt. Ich bin aber in irgendeinem Geschütz, glaube ich. Ich habe keine Kanone. Immer von hinten reparieren, Mike. Immer von hinten. Panzer, Panzer. Wo? Komme. Bei mir, roter Pink. Komme. Ich komme hier nicht weg, Alter. Von oben wurde auch geschossen und er käten. Geschrächt durch. Ab ihn. Tim, war das der Tim? Ja. Wir haben es versucht. Also ich warte. Du hast jetzt irgendwo da unten. Das Panzer. Einer hat von der Sperre jetzt. Ja, Mike. Ich gehe hier. A1 ist ein Panzer. Man. Ich gehe hier. Ja, ich gehe hier. Ich gehe hier. Da habe ich. Warte. Warte, boll. Alli. Es sind die Stratmeter. Ich gehe hier. Ich gehe hier. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. In deinem Hass liegt, oder was du sagen? Ja, ja, ja. Arbeit. Was denn? Opa, Hauptboar. Die laufen ins Gefecht und die sterben. Jungs, Jungs, guck. Wer kommt der Angeflogen? Seht das gut aus? Ja, das sah gut aus. Oh nein, nicht wieder da runterfahren. Nein, ich bin der Angeber, sorry. Alles gut? Alles gut? Alles gut, du Angeber. Zack, zack, zack. Ja, du bist schon da? Ja, ja. Oh, Nico, wen fährst du? Null Steuerung gerade. Du musst das erst alles anfassen. Willst du tauschen? Können wir machen. Was will ich machen? Aussteigen, oder? Einfach vier drücken, ja. Tschüss. Bin ich schon wieder Fahrer, ja? Warte. Ja, jetzt. Bin ich schon wieder Fahrer. Oh, Rakete, Mike! Oh, 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 oh. Oh, wo? Da oben. Sie werden getroffen. Sniper irgendwo. Kannst du reparieren, ja? Hin drin, ja. Jetzt kannst du fahren. C1, fahr die Spalte runter. C1. Ich verliere den F1 auch. Die Steuerung ist echt. F2, F1, Jungs. Ihr müsst zurück, over. F2, F1, Jungs. Ihr müsst zurück, over. F2, F2, F1, Jungs. Ihr müsst zurück. Ihr müsst zurück. Erst F2, dann F1, over. Was ist da? Ich kann nichts machen. Ich kann nur gegen Fahrzeuge was machen, Bro. Den hat er, den hat er. Okay, F1 gehört wieder uns. F1. Nein, ihr müsst F1. F1. Ist ein Heli bei uns? Ja, über euch, ja. Ich bin jetzt verhängig geblieben, Alter. Rück zur Base, F1, over. Vor euch ist ein Fahrzeug. Auf grüne Markierung. Runter. Hat ein paar Hits von mir. Geht nach links, Mike. Nein, nicht so. Mike, Mike, fahr, 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 fahr. Ich kann ihn lieber fahren. Okay. Dann wollen wir einfach mal Falter spielen. Oh, 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 oh. Das warst du, ne? Wo ist denn der Gegner? Ja. Das war's. Das war's. Ja, lass mir doch auch meine Chance, ich schieße auch wieder Platti immer weg. Hast du kein MG-Geschütz, Nico? Doch, aber das darf ich auch nicht Heißlaufwegdauer vorher machen. Ja, darfst du dann nicht, du musst realistisch... Das mache ich auch nicht. Hast du ihn? Jawohl. Sektorverteidiger. Sehr schön. Ist das Drabi? Ja. Warst du bei uns gerade? Nein. Oh oh. Was denn? Dann haben wir im Jet rüber geflogen. Okay, danke, danke, dass ihr mir gesagt habt. Ja, Mann. Ich bin unterwegs, ich kümmere mich drum. Over. Mike, das war der, glaube ich. Ja, ich möchte mal wegfahren. Der kommt zu euch. Lingt dann gleich. Beigeflogen? Ja, ja, ich bin da. Ich bin dran. Unterherschießen. Das ist der Tim. Ich habe ihn. Over. Ja, Over. Roger, Roger. F2, F2 Heli. Okay. F2 Heli. Warst du einladen. Wärst du doppelt. Wärst du sie. Wir haben hier. Wärst du sie. Januar. Warst du sie. Wärst du sie. obwohl wir so rasiert haben krass also ich hab die ich habe die hochgenommen ich hab 22 kills gemacht mit zeug mit fahrzeug verursachter schaden 11.000